Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 18. Juni 2021. Dann wird auch den Verfallstag, großen Verfallstag zum Donnerstag. Na gut, beim Nasdaq hat man gemerkt, dass der ein gewisses Verfallstagsinteresse hat. Der DAX, naja, wie soll man sagen, hat eigentlich das gemacht, was er die ganzen letzten Wochen gemacht hat. Also er hat sich jetzt hier wieder deutlich an die Felswand rangezogen, wieder die Hochs des Berges im Blick und sich rangekrabbelt. Dann ist die Route jetzt abgerannt, hat unten noch die 6,70 richtig voll gemacht, hat sogar einmal auf die 6,35 drauf gestochen. Und wir hatten ja gesagt, wenn er hier einfach so kurz durchsticht, einfach eine Lunte reinstellt, schön an die Katze und dann wieder hochgeht, dass das schon eher die Chance hätte, dass er dann eben bis hochgezogen wird zu 87. Genau, das hat er getan. Das heißt, so viel brauchen wir gar nicht drüber sprechen können, aber den Short Trigger mitnehmen, der bleibt nämlich so gültig. Das heißt, sollte der dort wegknacken und dann nochmal zurückdrehen, dann wäre das nicht ganz knusper. Und dann würde ich durchaus denken, dass er deutlicher zurückkommt, insbesondere nun auch nach Verfall und so weiter, könnte sich gegebenenfalls auch der Keil lösen. Der muss nicht, der muss nicht lösen, aber das ist ein bärischer Keil, ne? Also eine bärische Verkeilung, weil sie sich nach oben hin zuspitzt halt, ne? Das heißt, die Verkäufer drücken jedes neues Hoch immer wieder nach unten, bremsen damit die komplette Kursfantasie nach oben aus, ne? Diesen kompletten Anstieg, der wird immer wieder ausgebremst, sodass keine neue Trenddynamik nach oben entfacht wird. Und damit wartet man dann halt, bis die Nachrichtenanlage das dann zulässt, auch mal wieder den Markt zu versenken. Und meist entlädt sich so ein Keil dann doch schon dynamischer und das dann auf der Unterseite. Und deswegen sind, glaube ich, die Zwickler hier ganz gut angebracht, ne? Dass man im ersten Bereich von hier so einen kleinen, ähm, ich sag mal schräg, bisschen runterkriegt. Und, ähm, in der zweiten Instanz, dass dann durchaus noch ein bisschen tiefer gehen kann oder eben sogar deutlich tiefer. Da haben wir auch die letzten Male immer wieder drüber gesprochen. Trotzdem ist es wie bei jedem Chartmuster. Egal ob eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation, ein Trendkanal, eine Verkeilung, das ist vollkommen egal. Die Muster haben immer eine bestimmte Wahrscheinlichkeit in eine Richtung, die höher ist als in die andere Richtung. Aber es gibt kein, kein 100% Gewissheit, dass eine bärische Verkeilung auch immer nach unten auflösen muss. Man sieht es sogar auch relativ oft auch mal auf der Oberseite auflösen. Deswegen möchte ich mich gar nicht hinstellen und sagen, das Ding muss nach unten raus, sondern ich sage, wir achten einfach mal darauf, wenn er oben an der Kante rausgeht oder unten. Weil dann lässt sich wahrscheinlich gut, gut, ähm, einfach Bewegung ziehen, ne? In dem Moment, wo er es unten auflöst, wird es dynamisch. In dem Moment, wo oben rausgeht, fängt er ja auch an, den Trend zu beschleunigen. Das wird, das werden auch ganz schöne Strecken. Da werden manche richtig kotzen, weil sowas liegt den wenigsten. Gerade wenn es oben rausgehen würde, ich glaube, da wird manche richtig, richtig, richtig derbe kotzen. Weil es ist einfach so. Der steigt dann, dann macht er einen Aufwärtsgap, dann schiebt er den ganzen Tag zur Seite, steigt weiter, steigt weiter, schiebt zur Seite, steigt weiter, steigt weiter. Und dann denkt man sich schon nach Tag 1, oh fuck, das ist viel zu hoch, da kann ich nicht mehr kaufen, wo soll ich denn den Stopp hinsetzen? Und er steigt einfach weiter. Und er steigt weiter und dann gucken die meisten die ganze Bewegung einfach noch zu oder hauen die ganze Zeit Short dagegen, weil sie sich denken, na, jetzt muss er aber mal fallen, dann fällt er nicht. Ne, das ist hoch wie Runde zu, eigentlich das Gleiche, es klappt Runde zu auch. Das sind die meisten im Impuls, im ersten Moment noch Short drin, ne? Weil sie ja vorher sich gegen den Trend gestellt haben und noch gewisse Restpositionen haben, trennen sich viel zu früh von diesen Shorts. Und zack, stehen auch die ersten dann schon wieder long gegen, ich rede wirklich schon im Privaten jetzt halt, ne? Und das ist einfach immer dieses typische, äh, kontraindikative Verhalten. Und ich könnte mir das auch Runde zu sehr gut vorstellen. Ein schneller langer Tag, äh, wo er wirklich mal so 350 Punkte oder so fällt, sowas, was Leute lange nicht mehr gesehen haben. Und da könnt ihr von ausgehen, da steht's einfach Sentiment schon wieder auf 85 Prozent, ähm, der Privaten haben long gekauft. Das wird so sein. Und dann fängt der erst an zu fallen halt, ne? Und das, deswegen ist so eine Keilauflösung, da sollte man immer ein bisschen aufpassen, wenn Dynamik reinkommt. Hier ist keine Dynamik drin. Momentan ist absolut keine Dynamik drin. Da muss man nicht, äh, Angst haben, irgendwas zu verpassen. Da ist noch keine Dynamik drin. Aber wir sollten hier langsam ein bisschen aufmerksam werden, wenn er unten oder oben anfängt, Dynamik zu liefern. Weil er ja entweder oben in die Trendbeschleunigung gehen kann oder eben unten raus. Und wie gesagt, es geht nicht darum, in der Analyse auszusagen, das steigt oder das fällt jetzt, sondern die Punkte zu identifizieren, an denen eine bestimmte Bewegung sich ableiten lässt. Und das wäre zum Beispiel, wenn er hier eben das unterschreitet, dass er dann durchaus ein ganzes Stück eben nach unten noch, ähm, durchdrücken kann. Ja, so, ansonsten jetzt natürlich, was haben wir gesehen? Wir haben Montag, Dienstag wieder Schwäche im Handelstag drin gehabt, ne? Auch wenn der Start oft, ja, positiv war. Äh, hier war es, am Montag war es eine kräftige Eröffnung direkt zum Xetra oben. Am Dienstag war es ein Aufwärtsgap. Ähm, ansonsten haben wir aber jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch, immer wieder über den Tag abverkauf, ab, ach, so ein Abgleiten gehabt. Einfach Schwäche. Das ist, das haben wir die ganzen letzten Wochen gehabt. Immer wieder hat der Donnerstag einen Tief reingestellt, sich stabilisiert und aufgetreten. Was hat der Freitag gemacht? Das, das, keine Ahnung, was hier die Freitage waren, ne? Aber, das 100 Pro war ein Freitag, ne? Ja, stimmt, auch 21. 25. da war ein Wochenende dazwischen. Ähm, das war ein Freitag gewesen, ne? War das ein Freitag? Das war auch ein Freitag gewesen, ne? Also, das ist schon, da ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, Risiko zum Freitag oben. Alles, was über 7,50 passiert, alles, was über 7,80 passiert, in meinen Augen long. Ist in meinen Augen, ähm, der soll halt machen, was er immer macht, halt. Dann ist das so. Also, ich stelle mich da nicht dagegen. Ich stelle mich gerne auf die Short-Seite, wenn ich sehe, boah, der hat aber ganz schön zu tun zum Freitag. Der macht ja gar nicht nach oben raus, sondern der drückt ja mal richtig nach unten. Das haben wir ja noch nie gesehen. Dann würde ich mir auch nur einen Short zum Freitag suchen. Aber wenn der da oben rumturnt, über 7,50, da kann er meinetwegen auch eine rote Stundenkerze reinstellen oder was er will. Das wäre mal Pupse, weil das dreht ja direkt wieder nach hinten um und drückt sich dann hier hoch. Und ich sag mal, die obere Verkeilungslinie, die geht jetzt schon auf 8,80 halt, ne? 15.088 wäre dann hier Anlaufpunkt. Müsste man eigentlich jetzt hier schon mal noch ein Zwischenschieben halt, ne? Dass man so sagt, also wenn er hier aber drüber geht, Freunde, dann wäre das auch schon ein Long-Signal. Dann machen wir auch so. Teilen wir einfach mal ein bisschen auf. Das ist einfach so, ne? Wenn der da drüber geht, hat er einfach nach oben hin. Wahrscheinlichkeitsvorteil, ganz klar. Und hier oben kann dann sogar noch eine Trendbeschleunigung passieren. Oder aber natürlich auch Verkeilung, Muster, Trend und so weiter. Er stößt sich wieder hier ab und wird wieder abverkauft. Ja? Gerade nach dem Verfall. Also, das wäre auch ein sehr markant passendes Bild. Wenn wir an dem Freitag jetzt hier oben rausgehen, machen zum Montag Aufwärtsgap, früh einen guten, positiven Start im C3-Handel, ran an die 8,80. Und dann fällt er die ganze Woche von dort weg. Das wäre passend ohne Ende. Fällt die ganze Woche davon weg, überrascht die Leute schön, zieht am Dienstag auch mal eine richtig lange Spur durch. So einen richtigen Streifen hier rein, richtig schön roten Streifen rein. Und dann komplett durch. Das wird auch sehr, sehr, sehr gut passen. So eine Wochenzyklik vom DAX. Es würde auf den Verfall passen. Es würde den Freitag und den Montag gut mit verkörpern. Also, da sollte man schon mal ein bisschen Vorgefühl für haben. Und warum erzähle ich so viele Sachen? Es sind einfach bestimmte Sachen, die unser DAX immer wieder macht. Der muss das nicht machen, aber er macht das halt sehr oft. Und in den Momenten, wo ich dann halt wirklich auch an dem Tag da sitze und sehe, boah, das macht das schon wieder, dann handelt man das halt einfach. Dann steht man nicht da und sagt sich, oh, jetzt macht das schon wieder genau das. Dann handelt ich dagegen. Nein, 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 nein. Man nutzt das dann zu seinem Vorteil halt. Und das können die meisten Anleger instinktiv einfach nicht. Deswegen betone ich das. Weil ich muss es betonen. Weil ich weiß ganz genau, was passiert. Wenn der hier drüber steht und ich gucke früh in den Chat rein, das Erste, was ich mache, an dem ich mein Müsli gegessen habe. Und dann sehe ich die Leute gleich alle Short reinwuchten. Und dann muss man erst mal wieder versuchen, dann irgendwie die Leute das wieder bewusst zu machen. Und deswegen auch im Morgenvideo ein bisschen ausführlicher nochmal drauf hingewirkt. Eben einfach, macht euch die Regelmäßigkeiten immer wieder zu nutzen. Tag für Tag für Tag für Tag für Tag. Und es gibt verschiedene typische Abläufe, die stattfinden. Und wenn er mitspielt, dann kann man das super für sich nutzen. Er zeigt ja auch immer wieder, dass es geklappt hat. Guckt euch den Donnerstag an. Das haben wir auch gesagt. Wenn er da unten so eine Kerze durchstellt, er hat genau das gemacht, was wir beschrieben haben. Und dann kommt halt auch hinten dran das, was beschrieben ist. Das ist wie wenn ich sage, wenn er hier drunter fällt, dann rutscht er wahrscheinlich noch durch. Das sind immer diese Bedingungen an bestimmten Punkten, wenn dort eine Reaktion oder ein bestimmtes Bild entsteht, das dann auch eine sehr typische, wahrscheinliche Folge abgeht. Also in diesem Sinne. Ich glaube, ihr habt das verstanden. Oberhalb von 57, 87 hat der Chancen oben raus. Unterhalb von 6,50 würde ich sagen. Unterhalb von 6,50. Es wird sich unter 6,80 bereits ankündigen. Aber das richtige Signal kriegt erst hier 6,50, 6,40, 6,30. Und dann wäre feuerfrei hier. 5,70, 5,10, 5,50 und tiefer halt. Also auch hier auf die Durchschnittslinie, auf die gleitende Durchschnittslinie. Ich meine, das ist jetzt eine H2-Linie. Da würde ich selber jetzt auch nicht so viel drauf geben. Aber es zeigt zumindest an, dass dort wieder der 4. H1 nicht so viel anders liegen. Und zeigt zumindest an, dass der Durchschnitt in den letzten 200 Kursen tiefer ist. Und der Markt läuft im Großteil nur seitwärts. Das ist so. Aber gut. Ja, Punkt. Freitag ist Verfall. Ein bisschen im Blick behalten, wenn die Amerikaner doch noch ihren Feiertag dadurch dirigieren. Wird es wahrscheinlich eh ein bisschen ruhiger. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das klappt. Die haben ja auch Verfall. Da hängt ja auch einiges dran. Kann man nicht einfach sagen, Verfall und Feiertag und alle gehen nach Hause. Aber wir gucken mal. Auswirkungen großartiger Natur, denke ich nicht. Außer der Verfall halt. 13 Uhr im DAX. 22 Uhr. 17.35 Uhr. Das sind so die drei Zeitpunkte, an die dort Bewegung einfach kommen kann. Für den Amerikaner ist der Verfall ja, ich glaube über den ganzen Tag geht er sogar am Freitag. Und 22 Uhr geht dort das Licht aus. DAX in anderen Euro ist Verfall, aber auch, glaube ich, bestimmte Produktgruppen. 22 Uhr. Aber der Hauptteil, was den europäischen Bereich angeht, geht zwischen 13 Uhr raus. Da in dem Drehfenster. 13.15 Uhr. Je nachdem. Dann in Eurostox und so. Ich rechne alle so ein bisschen unterschiedlich ab. Gut, der Eurostox jetzt zusammen mit dem DAX. Aber das geht jetzt auch ein bisschen zu weit. Was ich sagen will. 13 Uhr, 17.30 Uhr, 22 Uhr. Das sind immer so Zeitpunkte, wo jetzt Marktakteure versuchen, zum großen Verfall eben ihre Position, einzelne Aktien und so weiter eben noch ins, ich sag mal, Plus zu schieben, durch Stützungskäufe oder durch Stützungsverkäufe, damit man eben auf seinen Optionen noch ein bisschen Geld einfach drauf kriegt. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben mit dem Verfall. Das ist definitiv auch ein Tag, wo man einfach mal zugucken kann, wo man sagen kann, naja, da kann viel passieren. Ich kenne mich, ich haue im Zweifel dann genau an der falschen Stelle dagegen. Dann einfach solche Tage mal weglassen halt, ne. Das ist, ähm, und dann ist die Verfallswoche auch geschafft. Und dann können wir nächste Woche gucken, ob wir mal einen neuen Trend bekommen halt, ne. Oder zumindest mal ein anderes Bild, wie das, was wir die letzten Woche haben. Weil das wird, denke ich, schon verfallstagsgetrieben gewesen sein. So, jetzt haben wir aber ganz schön viel geprabbelt. Wobei, so viel ist es gar nicht, kam mir jetzt doch länger vor. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Erfolgsschein Freitag. Und, äh, wie gesagt, habt es immer wieder ein bisschen vor Augen. Hier drin ist es, es ist Schiebezone. Er hat die Wahrscheinlichkeit nach oben. Auch wenn er ein bisschen Spächer rein startet, dann ist es scheißegal. Dann geht er auf die 700 runter nochmal. Dann lasst ihn halt auf die 700 nochmal runtergehen. Oder wenn er sich eine 680 nochmal holen will, dann lassen sich die 680 holen. Aber wenn er sich dort hochdreht, dann dreht er sich wahrscheinlich eben auch bis zur 780. Und wenn er die nach oben umgeklappt bekommt, dann ist er nahezu am Allzeithoch. Und dann holt er sich das bestimmt auch, ne. Gut. Also in diesem Sinne viel Erfolg zum Freitag. Ähm, handelt, was ihr seht. Das ist wirklich das Ratsamste, was man mitgeben kann. Und ein schönes Wochenende. Und dann hören wir uns am Sonntag wieder mit dem Video für den Montag dann. Und immer schön vernünftig bleiben, Fran. Also, wir hören uns. Bis dahin. Tschöö.